Du darfst das gerne verkünden, hier hat gewonnen Marie Reim. Marie! Herzlichen Glückwunsch Marie Reim. Du wirst dann bei unserer großen Eurovision Show auf der Bühne stehen. Herzlichen Glückwunsch. Marie Reim, herzlichen Glückwunsch. Das ist euer Voting und ich kann nur sagen, wir gratulieren dir ganz herzlich, liebe Marie. Und ich hoffe, du bist bereit für den ganz großen Auftritt nächste Woche beim Schlagerjubiläum. Ich bin, ich habe mich nicht direkt erwähnt. Das ist doch schön. Schöner ist es und du darfst dich freuen und ihr dürft euch auch nochmal freuen. Ihr habt das alle großartig gemacht. Wir sehen uns dann nächste Woche und das Interview mit unserer Siegerin gibt es gleich im Anschluss nach unserer Show auf meineschlagerwelt.de. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nächsten Samstag wiedersehen. Im ersten oder im nächsten Mal.